Hey, hohe Kartoffeln, ein kleines Bonus Video für Red Dead Redemption 2 heute, weil gestern nur ein Fortnite Video kam. Also kein wirklicher Guide, sondern einfach nur was Lustiges, was ich in der Welt entdeckt habe. Wobei, lustig hält sich da auch in Grenzen. Es ist ziemlich hart, wenn man genau darüber nachdenkt, was da passiert. Ich würde einfach sagen, ich springe direkt rein, zeige euch, wo das Ganze sich befindet, lasse es dann sich von selber spielen. Ihr werdet ja anscheinend schon vom Titel gesehen haben, was da ungefähr passiert. Ich befinde mich jetzt hier an der Location, unterhalb vom End von NWA ist die Hütte. Da ist der Typ drin, mitten im Bayou, nördlich von Saint-Denis. Und das ist eh so eine Drecksgegend Bayou. Da wohnen echt nur gruselige Leute, gibt nur gruselige Easter Eggs mit Geistern und was weiß ich nicht alles. Das Nachtvolk ist da auch am Start. Also der Typ ist hier keine Ausnahme und passt perfekt in die Gegend, aber er begrüßt uns zumindest ganz nett. Wenn ihr Bock habt, dass ich Easter Eggs in Zukunft einfach in so kleinen Videos für zwischendurch hochlade, zu den zusätzlichen Guides natürlich, zu den umfangreichen Guides, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten verpacke ich wieder 5 bis 10 Easter Eggs einfach in einem eigenen Video. Aber ich glaube, dass besondere Easter Eggs wie das hier in einem Zusatzvideo doch ganz gut ankommen werden. Also ich werde euch jetzt einfach mal alleine lassen und wir genießen einfach mal die Diskussion zwischen Arthur und der fremden Person. Ich werde euch jetzt mal wiederholen. If you let me, folks don't, don't normally want to be my friend. Okay. So, you hungry, huh? I got food. I got food inside. Come alone. Come home. Now come here. Don't you hate old Sonny now. Don't hate him. Oh, you struggled. And you lost. But it was quite a tussle, I tell you. Quite a tussle, my pet. See? Friendship ain't so tough. And neither is you. Oh, my Lord. Oh, my God. 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 You're a sad case. Why is this happening? Oh, my God. 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 Die Leute sind gerne willkommen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020